Ich will dort hinten, es hat gerade gestockt, dort hinten, seht ihr dort hinten rechts, dieser, da hinten, ach Gott. Ja, das ist dort die Kuppel, die meinsch aber nicht, sondern dort hinten rechts, ich mach mal so, dass die Kuppel raus ist, dort hinten rechts, diese Ruine, da wie ich jetzt sind. Nur damit ihr wisst, was ich hier vor... Was war das? What the... Oh, Gott sei Dank, das ist noch Bossig-Bugs. Ah, nee, es war ein Wolf. Hahaha, die sind hier nämlich immer noch. Ach, ich treff auch nicht mehr, ey. So. Davon werden uns jetzt hier nämlich noch viele begleiten. Bekleiden, begleiten. Ja, und sowas sind meine ich zum Beispiel dieser Himmel da im Boden, den ihr gerade gesehen habt. Mit Ruhe. Mitten in der Gegend, mit Tierzähm, Schrecken, Heilung und Feuerball. Sehr schön, sehr schön. Ach ja. So ein paar Orks am Abend, noch ein paar Wölfe hinterher. Das ist doch was Schönes. Deshalb wollte ich Bossig-Let's-Playen, auch wenn das keiner meiner Kumpanen wollte. Weil es einfach Spaß macht. Und, der ist auch tot. Ich packe jetzt die Waffe weg mit der 3. Ich habe Angst, wenn viele Wölfe kommen. Das ist dann unlustig. Hm, genau so. So, ich hoffe, das überlebe ich jetzt. Okay. Das war easy go. Und, der Wolf, immer raus. Sorry, falls ich gerade nie so gesprächig bin, bin. Ich bin müde. Ja, es ist erst 22 Uhr. Ihr seht's am Speicherstand. Das ist jetzt kacke, dass ihr das alles seht, aber... Mensch. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Und, der Wolf da... Den hauen wir jetzt auch noch über die Hucke. Ich finde den Degen cool. Muss ich mal so sagen. So zwei von denen, das wäre geil. So zwei Degen. Der Degenmeister. Und, der Aufnahmenwechsel. Ich hau den noch immer... Zwischen die vier Pfoten, ey. Ich weiß noch, das Spiel, das habe ich vielleicht das letzte Mal so vor fünf Jahren gespielt oder so. Da war ich noch kleine, pupsliche... Ja, scheiße. So schwer. Das muss man lernen bei dem... Bei irgendeinem Dieb oder so. Ja, weil ich ja dem Dieb bin. Kap Dun. Da weiß ich noch, dass ich mich hier übelst durchgeschmuggelt habe, weil ich keine Lust hatte, auf irgendwas zu sehen. Vor allem diese Wildschweine da. Die waren... Und die Blutfliegen. Die waren für mich Himmel und Hölle. Bis jetzt hier, da... Bin ich Feuer und Flamme für sowas? Und früher, da habe ich mich eben abgebrochen, ey. Schlimm war das. Chris. Chris. Chrissy. Ach, mein kleiner Chrissy. Oh Gott. Oh, diese Wildschweine. Ich hasse sie noch. E und je. Diese Drecks. Die sind immer so erendlich stark. Ich habe es mal speichert. Erstmal auf dem anderen. Nicht wundern, wenn ich mich mal so oft speichere. Den Wolf da oben kriegen wir auch noch. Oh, zwei Wölfer. Okay, okay, okay. Kein Problem, kein Problem. Okay, kein Problem, kein Problem. Okay. Guck mal auf mein Leif. Kiss, komm zu mir. Chris. Mein Chris. Chris Gott. was willst du ich warme im osten venga sitzen ort eine menge und die sind nicht gerade entspannt verstehst du die warten nur auf eine gelegenheit zu kämpfen wenn die dich sehen möglichkeit an den orks vorbeizukommen gibt es eine möglichkeit an den orks vorbeizukommen wenn du zum pass hinter wenger willst das kannst du vergessen da sitzen noch mehr orks nach farin das kannst du versuchen halte dich einfach so weit wie möglich von der ausmacht er ich bin ja ich halte mich mit dem über wasser was ich hier in der küste ganz alleine draußen warum nicht ich habe keine lust mich von den orks versklaven zu lassen die banditen lassen sich auch nicht verarschen sie greifen alles an was sich ihnen nähert ja aber wo du auf keinen fall hingehen solltest ist die hauptstadt bengard im nord alter da kam hier ein ganzes her ich würde nicht zu nah an sie kann es über die jahre bringen allerdings nicht umsonst jeder muss heute sehen du bringst mir das fleisch der scheuen hirschel drüben im osten und ich zeig dir ein patrick was du meinst ist das wir gut wenn dich die orks vor der hauptstadt vengard ausspüren bist du zu weit gelaufen klar zeig mir deinen warten klar so der hat jetzt hier nämlich noch den geilen armeebogen und dem kann ich jetzt eigentlich erst mal den waldläuferbogen könnte ich mir aber holen aber den habe ich ja eigentlich schon so ihr seht ich bin geübt mit dem bogen wolfskraut gibt es da wo es wölfe gibt ne ich freue mich ja schon so ich spreche erst mal alt bewährt ach da gucke ich doch eigentlich gleich mal hier einstellungen steuerung angepasst quick save speichern schnell speichern gibt es einen schnell speichern sofort speichern f5 passiert irgendwas wenn ich f5 klicke falls jetzt irgendeine aufnahme unterbricht ihr wisst woran es liegt ich klicke mal f5 spiegel gespeichern so einfach jetzt ok 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 da ist eine schlange da ist noch ein schauerhursch und da ist kein schauerhursch mehr ok ok ist hier noch irgendwo was ok das nehmen wir auch noch aber da ist noch ein schauerhursch ok 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 schauhursch nein bleibt nicht so ne, ein wolfsrude oh ein ganz wolfsrude schön ach scheiße ich habe übrigens keine ahnung was das gerade mit dem sound ist ich habe akro von dem wolf ich verarschen wolf kommt doch erst mal einen heiltrank schlucken und mit f5 jetzt das ganze abspeichern hab schon klein was gefunden und den wolf dort hinten snipern wir mal hinten sag mal die trifft doch die ganze zeit genau ey bist du bucky oder wat ey komm ihr sehts doch mir ist viel so mal schnell gehen sie mit alter ok ok noch mal nehmen wir noch mal schnell hier und jetzt schnell sie doch mal deine waffe ich habe die fresse ein wenn du jetzt siehst meine fresse vor diesen wolfsrudeln hatte ich immer angst und ich weiß jetzt auch wieder warum weil die einfach nur garstig sind ne warte ich speichern erstmal jetzt geht das wieder los ok ja das war es dann noch wieder ah schnell speicherstand hier war mal ich glaube ich zeige euch jetzt mal das anderes willst du noch mal probieren ich meine wozu hammers denn wartet ich zeige es euch gleich ich zeige euch jetzt mal nämlich den blitzschlag geht doch nicht auf die ok wir probieren es jetzt mal so ja ok einfach durchschnittseln einfach durchschnittseln und charakterwechsel und charakterwechsel ok komm schon komm schon ok und der letzte ich schaff das noch irgendwann vertraut mir ich schaff das meine frau achso ich hab ja hier auch gar kein leben komisch nuss schon da und sterbe ne ach ja ich schaff das noch immer mehr ich ich die